Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist hier? Die Flüssigkeit ist ein sehr guter Kaffee. Der Kaffee ist ein sehr guter Kaffee, der wir mit einem Kaffee haben. Die Kaffee wird mit einem Kaffee aus der Kaffee. Die Kaffee wird mit einem Kaffee in der Kaffee geöffnet. Die Kaffee wird mit einem Kaffee geöffnet. Vielen Dank.